Bewegung in der frischen Luft tut mir gut. Mir tut es gut, zu Hause zu sein, mit meiner Familie und meinen Kollegen Zeit zu verbringen und in den Bergen und in der Natur zu sein. Mir tut es gut, wenn ich einen Tag mit meiner Familie verbringen kann, wenn ich in die Sauna gehe und dann noch richtig lange ins Kältebad. Was mir gut tut, ist draussen in der Natur zu sein, gut essen, viel lachen und lächeln. Mir tut es gut, wenn ich am Morgen früh in die Berge gehen kann, in der frischen Luft bin und den Sonnenaufgang geniessen kann. Gut tut mir eine Wanderung früh am Morgen auf den Gipfel, wo ich den Sonnenaufgang schauen kann. Was mir immer gut tut, ist die frische Bündner Bergluft. Alles, was in der Natur ist und mit Bewegung zu tun hat, tut mir gut.